Liebe Margit, lieber Dominik, ganz besonders denkt ihr heute an jene, die immer in euren Herzen sind, an eurem Leben teilhaben und gerade heute sehr fehlen. Nun seid ihr schon seit zehn Jahren zusammen und in den letzten zwei Jahren habt ihr bewiesen, dass ihr nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten zueinander steht. Und heute sagt ihr endlich offiziell Ja zueinander. Ja zu einem gemeinsamen Leben, in dem ihr zusammen immer wieder neue Erfahrungen macht, eure Stärken und Grenzen kennenlernt und gemeinsam euren Horizont erweitert. Liebe besteht nicht nur darin, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Ihr blickt ab dem heutigen Tag in eine gemeinsame Zukunft voller Glück und Liebe. Liebt euren Partner, wie er war, wie er ist und wie er sein wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1 Ja! Ja!